Ich begrüße euch zur Tagesbotschaft für den 30. März und heute geht es um die Sorgen. Lasse deine Sorgen los und bringe deine Energie auf eine höhere Schwingungsebene. Also heute geht es darum Sorgen loszulassen, nicht mehr in diesen Sorgen zu verharren, denn das zieht die Energie, versuchen das Beste daraus zu machen, auch wenn es momentan wirklich sehr, sehr schwierig ist. Aber heute geht es darum, die Sorgen einfach mal loszulassen. Ich wünsche einen schönen Tag. Tschüss!